guten tag und damit herzlich willkommen zu einem weiteren tutorial das hier ist jetzt nur sozusagen ein kleines update zu mountain blade ich drücke da mal rein ihr seht jetzt moment hier ich habe alles zurück gesetzt also ich habe die ordner sozusagen gelöscht habe alles komplett gelöscht spiel läuft jetzt wieder ohne mod dass ihr seht es geht so auch ich jetzt das jetzt zeige aber es hat sich im prinzip ja nichts weiter geändert aber bloß es wollten recht viele trotzdem dass ich noch mal ein video dazu mache und ja ihr seht es ist alles hier wieder auf englisch normal und ja wir schließen jetzt hier erst mal wieder dann wir haben jetzt zwei optionen wir brauchen ja den mod entweder download ihr euch durch den hier von dieser seite das drückt ihr schon auf download also den link habe ich dann bereitgestellt sozusagen dann speichern speichern unter desktop speichern so jetzt wird es unser desktop gespeichert oder ihr holt euch den mod direkt von nexus mods aber bei nexus mods müsst ihr euch anmelden damit ihr das überhaupt überhaupt downloaden könnt na ich versuche euch jetzt immer eigentlich den aktuellsten mod in meinem video zu verlinken das mache ich in meinem anderen video auch immer die ganze zeit und ja ich sehe schon immer was da alles verändert worden ist und 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 ja jetzt haben wir das gedownloadet wo ist es wo ist es weg und nix hier ist das müssen wir natürlich auch noch entpacken ich mache das jetzt ganz fix mal hier im ordner rechts mausklick hier entpacken das müsste aber auch theoretisch auch ohne winra gehen so dann die beiden können wir wegballern die da schmeißen wir nach da draußen die da kann ich auch wegballern schließen so dann haben wir das hier dann wie gehabt wie beim letzten mal auch hier rein bibliotheker montos platos montos platos hier rechts mausklick verwalten lokale dateien durchsuchen schließen sind wir jeder ihr seht schon hier data gui na gui und modules hier alles drin rüber normalerweise dann ziel ersetzen dann haben wir das müsste soweit eigentlich gehen theoretisch können wir das dann gleich schließen ich minimiert das mal erst mal weil ich will dazu später noch mal was sagen dann gehen wir hier drauf und ihr seht es gibt nur noch einen hier einen nicht mehr vier das war beim ganz alten so nah es gibt jetzt nur noch den deutsch mod weil er alles komplementiert sozusagen und da ist es dann egal ob multiplayer oder single player ich würde euch raten erstmal multiplayer zu starten ihr seht ich habe es ausgewählt hier und play dort da hat schon die maschine und ihr seht schon da steht schon wurde auf deutschland aber ich habe es ja zurückgesetzt davor also ihr seht ja dass es jetzt geht sozusagen also halt dass ich dass wir das jetzt hier neu einfügen mussten und ja ihr seht noch alles hier auf englisch optionen und wo war denn das war das bei gameplay drin die sprache ich glaube ja oder englisch hier deutsch fertig spiel fortsetzen durch jetzt nur demonstrativ mal hier einladen es ist wirklich ein überarbeiteter patch das heißt hier funktioniert also also dem ja die funktioniert mehr hier einfach mehr mehr übersetzungen alles besser alles muss alles schicker will ich mal sagen das geht natürlich auch im multiplayer ja einfach ja drücken einfach ja drücken so jetzt pausiert ihr seht bla 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 kann hier ganz normal rumlaufen wenn es ein bisschen ruft kriegt sorry es ist bildschirmaufnahme aber das kann sein ihr seht hier versteckt blablabla ich gehe jetzt hier einfach mal hier ganz kurz ich will noch was dann sagen aber mehr ist es nicht mehr ist es nicht wenn man mit hier das installieren will mehr ist es einfach nicht ich seht auch schon hier ich glaube blablabla aber seht alles passt ihr wunderbar zurück zum hauptmenü ja es funktioniert jetzt schöne sache also im prinzip muss man nicht mehr machen als diesen schritt das spiel funktioniert er jetzt sozusagen ich habe euch gezeigt ich bin herumgelaufen bisschen funktioniert und hier wenn ihr jetzt neues update erhalten solltet normalerweise es reicht aus ich kann die jetzt hier einfach nehmen beispielsweise dieselbe datei noch mal hier ihr müsst die einfach wirklich dann nur wieder runterladen blablabla den selben schritte befolgen die euch gezeigt habe und dann hier einfach wieder rein dann dateien im ziel ersetzen dann werden die schnell rüber geballert dann würde ich euch noch empfehlen drückt euch mein das spiel rein drückt dann noch mal auf mods ob ihr auch ein haken drin ist wenn ja tolle sache wenn nicht halt wieder reinsetzen und dann wieder auf play drücken müsste jetzt genauso funktionieren machen wir halt einfach noch mal demonstrativ hier aber jetzt nichts gemacht das funktioniert so auch mit den folgen nach folgenden patches also könnt ihr einfach reinhauen 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 und das regelt sich dann von alleine sozusagen mal gucken mal gucken gucken blablabla spiel beenden blablabla individuelle schlacht alles da kann da jetzt beispielsweise mal drauf drücken let's map blablabla kaiserreich steht alles da schöne sache zurück spiel beenden tolle sache wie gesagt einfach nur da rein machen das zeug und dann geht das einfach zu dem punkt wenn es nicht funktionieren sollte es kann an zu unglaublich vielen sachen liegen wenn es bei euch jetzt konkret nicht funktionieren sollte der mod das game ist noch im early access in der beta es ist nicht ist kein fertiges game wer ist ein fertiges game wer sind noch mal eine andere sache bei nicht fertigen games kann es sein dass es halt einfach schlichtweg man nicht funktioniert dann müsste man halt warten bis der nächste patch blöderweise bis der nächste patch kommt dass man da dann na es noch mal probiert sozusagen weil fernwertung ist schwierig ist wirklich schwierig weil es einfacher wenn man hier jetzt so sieht aha 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 aber fernwertung ist schwierig ja und das war es dann eigentlich jetzt schon vor dem video es hat sich nicht so viel geändert nur halt bei den modern blade bernert hier mods hat sich hier das von 4 in 1 gewandelt mehr hat sich da nicht geändert ansonsten ist alles gleich wenn es nicht funktionieren sollte bei euch ist kann viele gründe haben kann viele 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 gründe haben aber der mod zersprengt euch normalerweise nicht irgendwie speicherstände oder sowas das ist mir jetzt völlig fremd habe ich zwar schon mal gelesen unter meinen kommentaren aber das kann nicht sein solange ihr wirklich nicht irgendeinen anderen ordner außer den da und die beiden hier irgendwie löscht kann eigentlich nicht so viel passieren also wenn ihr bin löscht wäre es vielleicht etwas kacke data auch alles andere die da könnt ihr ruhig löschen und den da können wir löschen entweder macht ihr entfernen und fügt dann die neuen rein oder macht wie ich einfach datei im ziel ersetzen wäre das einfachste das bleibt euch überlassen falls ihr problem habt ich helfe wirklich wirklich gerne dürft in die kommentare schreiben gerne schreibt gerne ich helfe gerne ich habe auch sehr vielen schon geholfen bei meinem alten video bei meinem neuen helfe ich genauso ich versuche wirklich zu helfen und wenn nicht ich glaube die mod machen sogar ein discord server da könnt ihr auch noch mal reingucken und wie gesagt falls es noch probleme gibt meldet euch einfach ich bin da ich helfe euch und ja mehr ist es eigentlich nicht ist hat sich echt nichts weiter verändert außerhalb diese eine datei aus 4 wurde 1 noch simpler wie gesagt es kann nicht so viel passieren löscht halt in den ordner nichts blödes dass es kann also in irgendein ordner hier sind irgendwo eure spielstände nicht einfach irgendeinen löschen ich glaube normal ist im bin oder irgend oder in data einfach die beiden müssen die spielstände theoretisch sein nicht löschen wäre vielleicht dumm und deswegen ganz einfach nehmen hier so hin und dann datei im ziel ersetzen muss wirklich datei im ziel ersetzen drinnen zu stehen nicht dass ihr das so macht na wo ist es jetzt ja das ist auch eine gefährliche sache jetzt seht ihr hier das da und das da gehört raus raus machen da wieder das kann auch ein grund sein warum ist da nicht auftaucht da das ist es gibt viele möglichkeiten warum es nicht funktioniert einfach job und datei im ziel ersetzen oder dass da das da auswählen rechts mausklick löschen könnt ihr auch machen ich würde es einfach rüber ziehen achtet darauf dass sie es nicht in den anderen ordner rein macht weil es kann dann auch zu crashes und anderen zeugen führen ich hoffe ich konnte euch ein bisschen helfen mit diesem video ein paar fragen noch beantworten und ja bis dahin wenn ihr fragen habt gerne kommentare schreibt wie ich bin da ich helfe gerne ich weiß nicht ich kratze nicht meine links sind sauber also den hier habe ich selber bereitgestellt der jetzt von der modseite selber müsst ihr euch aber halt erst hier einloggen dass eben damit ihr die überhaupt downloaden könnt der hier ist der aktuellste von mir hier drauf drücken einfach den habe ich hochgeladen ist sicher passiert nichts und ja wie gesagt wenn es probleme gibt meldet euch und bis dahin macht's gut bis zum nächsten mal ciao